Guten Tag, mein Name ist Massimo Tuveri. Da seit einigen Jahren auch viele sehr junge Kinder-Kitas besuchen, hat sich die Altersspanne der Kindergartenkinder vergrößert. Als Antwort darauf haben Ursula Enders, Ilka Villiers und Dorothee Wolters das Zartbitter-Pappbilderbuch Sina und Tim entwickelt. Dieses ist lebensfroh gestaltet und bereits für Dreijährige leicht verständlich. Es stärkt die Widerstandskraft gegen Übergriffe durch ältere Kindergartenkinder. Doktorspiele gehören zur normalen Entwicklung von Kindern. Mit altersentsprechender Neugier und Unbefangenheit untersuchen bereits sehr junge Mädchen und Jungen ihre Genitalien. Sie genießen es, diese zu berühren und zu reiben und mit anderen Kindern zärtliche Berührungen auszutauschen. Dabei erkunden sie vorsichtig, welche Berührungen sie persönlich oder ihre Freundinnen und Freunde als angenehm erleben und welche nicht. Sie entdecken die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ab dem vierten Lebensjahr finden Doktorspiele vermehrt als Rollenspiele statt. Die Kinder zeigen sich gegenseitig ihre Geschlechtsorgane, untersuchen diese und spielen Zärtlichkeiten von Erwachsenen nach. Sie halten zum Beispiel Händchen, geben sich Küsschen und spielen Heirats- und Geburtsszenen. Im Rahmen von Doktorspielen kommt es manchmal zu unbeabsichtigten kleinen Verletzungen. In der Regel sind Kinder dann sehr erschrocken und bitten Erwachsene um Hilfe. Anschließend verhalten sie sich meist besonders vorsichtig. Verletzen einzelne Kinder wiederholt andere oder überreden beziehungsweise drängen sie diese zu ungewollt sexuellen Handlungen, so handelt es sich um sexuelle Übergriffe. Sexuelle Übergriffe werden im Vorschulalter genauso häufig von Mädchen wie von Jungen verübt. Das Pappbilderbuch Sina und Tim gibt Kindern ab dem dritten Lebensjahr eine Orientierungshilfe für Doktorspiele. Es vermittelt auf kindgerechte Art und Weise Regeln, damit Kinder im Doktorspiel ihre eigenen persönlichen Grenzen wahrnehmen und vertreten sowie die der anderen achten lernen. Die Regeln lauten, jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es Doktor spielen will. Mädchen und Jungen untersuchen einander nur so viel, wie es für sie selbst und die anderen Kinder schön ist. Kein Mädchen oder Junge tut einem anderen Kind weh. Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in den Penis, in den Mund, in die Nase oder ins Ohr. Größere Kinder und Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu suchen. Hilfe holen ist kein Petzen. Hilfe holen ist mutig. Nicht wenige Eltern und Fachkräfte scheuen sich, mit jungen Kindern über Doktorspiele zu sprechen. In ihrer Kindheit war das Gespräch über kindliche Sexualität meist noch ein Tabu. Auch in der Ausbildung der meisten Erzieherinnen waren Doktorspiele kein Thema. Folglich sind viele Erwachsene unsicher und wissen nicht, wie sie das Thema kindgerecht ansprechen und grenzachtende Regeln vermitteln können. Andere haben die Sorge, Mädchen und Jungen durch ein Gespräch über Doktorspiele zu belasten. Das Bilderbuch Sina und Tim hilft, mit Kindern über Doktorspiele ins Gespräch zu kommen. Es stärkt die Widerstandskraft von Mädchen und Jungen gegenüber sexuellen Übergriffe durch andere Kinder und fördert die Entwicklung einer lustvollen, kindlichen Sexualität. Das Bilderbuch Sina und Tim wurde inklusiv gestaltet. Das heißt, in diesem Bilderbuch werden dünne und kräftige Kinder, Mädchen und Jungen mit und ohne Beeinträchtigungen, sowie mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund lebendig. Zum Beispiel klingt der Name Sina vielen Kindern vertraut. Es gibt ihn in vielen Sprachen. Sinas schwarze Haare und ihre leicht getönte Haut erleichtern es Kindern aus unterschiedlichen Kulturkreisen, sich in ihr wiederzuerkennen. In dem Bilderbuch werden dicke und dünne, sowie Kinder mit und ohne Behinderung abgebildet. Ein Kind trägt zum Beispiel ein Hörgerät. Klare schwarze Konturen ermöglichen Mädchen und Jungen mit Sehbehinderung die Teilhabe, denn diese können Sina und Tim mit Unterstützung von Lesegeräten kennenlernen. Last but not least entspricht das Verhalten der im Bilderbuch abgebildeten Mädchen und Jungen nicht traditionellen, sondern reflektierten Rollenbildern. Sina und Tim sind gute Freunde. Im Kindergarten spielen sie oft zusammen, zum Beispiel in der Bauecke oder im Sandkasten. Besonders gerne spielen die beiden mit ihren Freundinnen und Freunden Mutter, Vater, Kind. Ab dem vierten Lebensjahr finden Doktorspiele vermehrt als Rollenspiele statt. Die Kinder versorgen Puppen oder übernehmen selbst die Babyrolle und lassen sich zum Beispiel füttern. Tim achtet darauf, dass die Puppen im Puppenwagen gut zugedeckt sind. Der Puppenwagen wird von einem dunkelhäutigen Mädchen geschoben. Dieses trägt eine Beinschiene. Oft sprechen Kinder beim Betrachten dieses Bildes über eigene erlittene Verletzungen oder über Verletzungen und Beeinträchtigungen geliebter Menschen. In Deutschland leben nicht wenige Kinder, die auf der Flucht verletzt wurden oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen kennen. Für die Prävention sexueller Gewalt ist es von zentraler Bedeutung, dass Kinder die äußeren Genitalien benennen können. Mädchen und Jungen, die keine Begriffe für Scheide, Penis und Poloch kennen, sind im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos, wenn jemand gegen ihren Willen oder auf eine ihn unangenehme Weise ihre Genitalien berührt. Sinas Puppe ist ein Mädchen. Sie hat eine Scheide. Tims Puppe ist ein Junge. Er hat einen Penis. Beide Puppen haben ein Poloch. In dem Bilderbuch Sina und Tim werden die Genitalien an Puppen erklärt. Die Illustratorin Dorothe Wolters hat darauf geachtet, dass die Puppen durch eine neutrale Mimik und eine starre Körperhaltung eindeutig als Spielzeug zu erkennen sind und nicht wie lebendige Babys wirken. Im Rahmen der Sexualerziehung sollten keinesfalls Bilderbücher genutzt werden, in denen die Genitalien an Illustrationen oder sogar Fotos nackter Kinder erläutert werden. Solche Abbildungen vermitteln die Botschaft, dass man Kinder nackt abbilden darf. In vielen modernen Aufklärungsbüchern werden deshalb die Genitalien anhand von Skizzen erklärt, die meist bewusst schwarz-weiß eher nüchtern gestaltet werden. Zum Schutze vor pornografischer Ausbeutung sollten Eltern ihren Kindern vermitteln, dass niemand nackt Fotos oder Fotos, die Kindern peinlich sind, herumzeigen oder im Netz versenden darf, auch nicht an die geliebten Großeltern. Solche Fotos sind niemals süß, sondern verletzen die persönlichen Kretzen von Kindern. Doktorspiele werden meist mit Freundinnen und Freunden, weniger häufig mit Geschwistern gespielt. Da die meisten Kinder viele Stunden des Tages in der Kita verbringen, ist es nur allzu normal, dass Kinder auch dort Doktorspielen. Viele Kitas geben die Regel vor, dass auch bei Doktorspielen die Unterhöschen in der Regel anbehalten werden. Sie beugen so einer zu starken Sexualisierung der Kindergruppe durch einzelne, sich sexuell grenzverletzend verhaltene Kinder vor. Gleichzeitig haben die meisten pädagogischen Fachkräfte aber auch Verständnis dafür, dass Mädchen und Jungen sich gelegentlich mal ausziehen und betrachten. Diese Vorgaben dienen ebenso der Prävention sexuellen Missbrauchs durch Erwachsene. Sie vermitteln Kindern die Botschaft, dass es keineswegs normal ist, sich öffentlich zu entkleiden. Zum Beispiel auch nicht vor anderen Eltern, Handwerkern, Reinigungskräften oder Praktikantinnen der Kindertagesstätte. Oft spielen die Kinder Doktor. Jedes Kind bestimmt, von wem es untersucht werden will. Die Bilderbuchkinder gehen fürsorglich miteinander um. Eine entspannte Mimik und Körperhaltung der Kinder vermitteln überzeugend, dass diese sich wohlfühlen und im Doktorspiel selbstbestimmt Zärtlichkeiten austauschen. Alle sind sehr vorsichtig. Kein Kind tut dem anderen weh. Kinder sollten von klein auf ermutigt werden, ihrem Körpergefühl zu vertrauen und zwischen schönen und blöden Berührungen zu unterscheiden. Erwachsene müssen akzeptieren, dass Berührungen von Kindern sehr unterschiedlich empfunden werden. Während ein Kind zum Beispiel häufig das Bedürfnis nach Körperkontakt hat, mag ein anderes Kind nicht oder nur von ausgewählten Menschen in den Arm genommen werden. Auch kann eine Berührung an einem Tag als angenehm empfunden werden, am nächsten Tag wiederum nicht. Oft hängt es auch von der Intensität der Berührung ab, ob ein Kind diese mag oder nicht. Ein Bilderbuchmädchen genießt es, wenn ihre Freundin ihren Rücken sehr zart mit einer Feder streichelt. Das kitzelt ein bisschen. Tim mag es zum Beispiel nicht, wenn er zu sehr gekitzelt wird. Nicht nur die abwehrende Körperhaltung des Jungen, sondern auch dessen Gesichtsausdruck verraten, wie sehr sich Tim durch das massive Kitzeln seines Spielkameraden belästigt fühlt. Bereits im Vorschulalter müssen Kinder lernen, das Nein ihrer Spielkameraden ernst zu nehmen. Dementsprechend sollte mit Kindern zum Beispiel darüber gesprochen werden, woran der Junge in dieser Szene erkennen kann, dass Tim es nicht mag, unter den Armachseln gekitzelt zu werden. Kein Kind steckt einem anderen etwas in den Po, in die Scheide, in die Nase, in den Mund oder ins Ohr. Ganz offensichtlich ist dem Jungen im grünen T-Shirt diese Regel noch nicht vertraut. Sina hält ihn davon ab, dem kleineren Kind einen Bauchklotz in den Po zu stecken. Sie weiß, wie wichtig es ist, dass Kinder zusammenhalten und sich gegenseitig vor sexuellen Übergriffen schützen. Der Altersunterschied der beteiligten Kinder bei Doktorspielen sollte nicht mehr als ein, in Ausnahmefällen, zwei Jahre betragen. Alle Mädchen und Jungen müssen dem Spiel wissentlich zustimmen können. Das heißt, sie müssen kognitiv in der Lage sein, sich bewusst für oder gegen das Spiel zu entscheiden. Sie sollten einschätzen können, was für sie persönlich schön und in Ordnung ist und was nicht. Und auch, was entsprechend der Regeln für Doktorspiele erlaubt ist und was nicht. Doktorspiele sind freiwillige Spiele. Das heißt, alle Kinder müssen akzeptieren, wenn ein Mädchen oder Junge nicht mitspielen möchte. Wollen einzelne Kinder nicht mitmachen? So sollten sie keine Angst um ihre Stellung in der Gruppe haben müssen. Sina und Tim verhalten sich selbstbewusst und grenzen sich gegenüber größeren Kindern ab. Manchmal wollen die größeren Kinder mitspielen. Arno will dann bestimmen und immer seinen Penis zeigen. Das finden Sina und Tim doof. Erwachsene sollten besonnen reagieren, wenn ältere Kinder Jüngere zu Doktorspielen überreden oder im Spiel belästigen. Unaufgeregte Begriffe wie doof, gemein, blöd, unfair oder nicht in Ordnung erleichtern es, mit Kindern über Übergriffe im Rahmen von Doktorspielen ins Gespräch zu kommen. Reagieren Eltern und pädagogische Fachkräfte extrem emotional, etwa mit Bemerkungen wie, das ist aber schlimm. So verstummen die meisten betroffenen Kinder. Sie möchten ihre Freundinnen und Freunde nicht verraten oder fühlen sich beschämt und mitschuldig. Sexuell grenzverletzende Kinder schweigen zum Beispiel aus Angst vor Bestrafung. Erwachsene sind für den Schutz von Kindern verantwortlich. Mädchen und Jungen können Konflikte und sexuelle Übergriffe nicht alleine lösen. Deshalb überfordert es sie, wenn Erwachsene nach dem Motto, regelt das untereinander reagieren. Eine solche Reaktion trägt nicht selten dazu bei, dass sich sexuell grenzverletzende Umgangsweisen in der Kindergruppe verfestigen. Nicht nur Betroffene, sondern ebenso sexuell grenzverletzende Kinder sind auf eine schützende Reaktion durch Eltern und pädagogische Fachkräfte angewiesen. Ist sexuell auffälliges Verhalten durch pädagogische Maßnahmen nicht mehr zu stoppen, so müssen Kindertagesstätten in Kooperation mit spezialisierten Fachstellen die Ursache des Verhaltens in der Kindergruppe abklären und Hilfen für betroffene Kinder, für übergriffige Kinder, für die Kindergruppe und Eltern anbieten. Sina und Tim wissen, dass Hilfe holen kein Pätzen ist. Sie wissen, dass es mutig und schlau ist, sich an Erwachsene zu wenden, wenn größere Kinder ihnen gegen ihren Willen, zum Beispiel wie Arno im Bilderbuch, den Penis zeigen wollen. Sina und Tim erzählen das der Erzieherin. Die Erzieherin hilft ihnen. Sie erklärt Arno, warum die Kinder das nicht wollen. Ebenso wie andere Spiele sind auch Doktorspiele unter Kindern immer mal wieder in Mode, dann wieder eine Zeit lang uninteressant. Sind Doktorspiele über eine längere Phase in einer Kindergruppe allzu dominant, so sollten sich Erwachsene nicht scheuen, alternative Spielvorschläge zu machen. Oft nehmen die Kinder diese Vorschläge dann gerne an. Tim, Sina und ihre Freundinnen und Freunde denken sich oft neue Spiele aus. Das Pappbilderbuch Sina und Tim ist ein Baustein der Zartbitterpräventionsarbeit gegen sexuelle Übergriffe durch Kinder im Vorschulalter. Sie finden bei uns Broschüren, also zum Beispiel die Broschüre Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe. Sie gibt Müttern und Vätern Tipps zum Umgang mit kindlichen Doktorspielen. Übersetzungen in zwölf Sprache finden Sie unter www.zartbitter.de zum Download. Wir spielen das Zartbitter Theaterstück Sina und Tim, also das Puppentheaterstück. Spielen wir vor Kindern im Vorschulalter, Erstklässlerinnen, Eltern und pädagogischen Fachkräften. Dann gibt es noch unsere CD, Hilf holen, das ist schlau. Da finden Sie Lieder für starke Mädchen und Jungen. Diese können Sie ebenso wie andere Zartbitter Bilderbücher und zahlreiche Materialien über den Zartbitter Onlineshop beziehen. Ihnen und allen Kindern wünsche ich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen alles Gute. Ihr Massimo Toveri